Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Optionssprechstunde. Ich bin Vincent von Freaky Finance und in diesem Format spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Heute haben wir eine weitere Folge, wo wir Options-Kombos besprechen. Heute ein paar Volatilitätsstrategien und ja, ich begrüße auch wie immer meinen Counterpart auf der anderen Seite. Hallo Thorsten, wie geht's dir heute? Ja, hallo lieber Vincent. Ja, mir geht's hervorragend und wie immer in voller Vorfreude auf das, was jetzt gleich kommen wird. Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal direkt rein. Wir haben ja zuletzt ein paar einfache Anfängerstrategien besprochen und dann sind wir auf die sogenannten Spreads eingegangen. Wer das noch nicht gehört hat, der kann sich die letzten Folgen anhören. Und heute erweitern wir, gehen auf weitere Kombo-Möglichkeiten und stellen ein paar Volatilitätsstrategien vor. Da fällt mir zuerst ein, Thorsten, zum Beispiel der Strangle. Kannst du vielleicht ein paar einleitende Worte finden zu einem sogenannten Strangle im Optionshandel? Ja, definitiv, definitiv. Ja, wir haben ja auch in einer der letzten Podcasts auch über die Spreads gesprochen. Da war ja ein Spread beispielsweise bei der Iron Condor. Und in dem Iron Condor ist ja sozusagen auch der Strangle inkludiert, nämlich die beiden verkauften Optionen des Iron Condors alleine. Das heißt, wenn wir nur die verkaufte Call und nur den verkauften Put haben, dann haben wir sozusagen den Short Strangle. Ja, auch an dieser Stelle sei gesagt, es gibt hier natürlich auch Short und Long Strangle. Da wir ja definitiv primär Stillhalter sind, konzentrieren, fokussieren wir uns natürlich auf den Short Strangle. Und wie gesagt, das sind zwei verkaufte Optionen. Und jetzt wichtig, out of the money mit gleicher Laufzeit. Ja, das ist doch schon mal sehr konkret. Ich fasse nochmal zusammen. Also Strangles zählen zu den Multi-Lag Optionen. Die bestehen aus der gleichen Anzahl Puts und Calls. Muss ja nicht auch immer nur ein Kontrakt sein. Es können ja auch mal mehrere sein. Wir haben hierbei unterschiedliche Strikes. Gewöhnlich aus dem Geld, hast du schon gesagt, OTM. Wir können hier Put und Call bei gleichem Delta handeln. Also Delta-neutral wird das meistens aufgesetzt. Das Ganze läuft auf das gleiche Underlying mit derselben Laufzeit. Und unser berühmtes Viereck mit Short und Long und Put und Call. Das kommt hier auch wieder zum Tragen. Du hast es schon schön gesagt. Wir können das Ganze in der Short-Variante, also einen sogenannten Short Strangle und aber auch einen Long Strangle handeln. Und dann können wir vielleicht noch darauf eingehen, was da zum Beispiel ein Anwendungsfall wäre. Welches Szenario schwebt dir vor, Thorsten? Wir sind ja als Optionshändler sowas wie ein Koch. Und es gibt ja manche Gerichte, die sind ja auch irgendwie saisonal bedingt. Sprich, zu einer bestimmten Zeit isst man wahrscheinlich, ich nenne jetzt mal Grünkohl, eher in den kalten Monaten als im Hochsommer. Und so sehe ich es ähnlich mit dem Short Strangle. Und ich nehme jetzt mal anstatt des Wetters, nehme ich die Volatilität. Die Volatilität ist halt extrem wichtig für uns Optionshändler, weil die Volatilität natürlich ein Teil der Optionsprämie ist. Und wir müssen uns immer wieder mit der Optionsmechanik beschäftigen und mit den Griechen, die Sensitivitätskennzahl. Und wir haben es ja gerade gelernt, der Short Strangle basiert auf zwei verkaufte Optionen. Das heißt, wir sind ein richtig starker Verkäufer. Und wir wissen ja auch eins, wenn wir verkaufen wollen, wollen wir natürlich immer teuer verkaufen. Und wann ist die Optionsprämie höher? Wenn die Volatilität höher ist. Also wäre es doch ganz sinnig, wenn wir jetzt den Short Strangle beispielsweise eher in einem höher volatilen Umfeld eröffnen. So dass wir am Ende, mit der Hoffnung, dass die Vola sich nach unten entwickelt, schnell ins Profit kommen. Gut, ich fasse nochmal zusammen, was die Ziele eines Short Strangles sind. Wir haben ja hier unter anderem auch eine doppelte Prämieneinnahme. Das ist ja ganz schön. Wir verkaufen ja zwei Legs, haben wir besprochen. Einmal den Put, einmal den Call und haben eben auf beiden Seiten direkt eine Prämie vereinnahmt. Und der Vorteil ist natürlich, dass eine Seite immer gewinnt. Das ist ja auch ganz praktisch. Also eine von unseren beiden verkauften Optionen wird mindestens ein Gewinner und oftmals eben sogar auch beide. Das ist das Schöne zum Beispiel an dieser Strategie. Wir profitieren also mit einem Short Strangle vom Rückgang der Volatilität nach dem Verkauf. Wir profitieren vom Zeitwertverfall beider Seiten. Also sowohl beim Put als auch beim Call. Wir haben es schon öfter besprochen, wir als Verkäufer von Optionen und bei einem Short Strangle sind wir ja eben im doppelten Sinne. Du hast es gerade gesagt, wir sind richtig stark auf der Verkäuferseite. Hier profitieren wir also doppelt auch vom Zeitwertverfall und bleibt der Kurs des Underlayings zwischen den Strikes. Dann gewinnen eben beide Seiten. Ich habe es eben schon gesagt, im Idealfall haben wir hier zwei Gewinner und einer ist es mindestens. Der Gewinn ist allerdings in der Höhe der eingenommenen Prämie begrenzt. Das kennen wir ja aber auch von allen Stillhaltergeschäften schon. Wir kriegen initial eine Prämie für den Verkauf der Optionen. Hier eben doppelt, weil wir zwei Optionen verkaufen. Mehr können wir mit dem Geschäft dann nicht einnehmen. Und wir müssen aber auch beachten, dass der Verlust bei Short Strangels theoretisch unbegrenzt ist, weil wir ja hier keine Absicherung mit drin haben. Lass mich das mal noch an einem Beispiel erklären. Wir nehmen gerne die Coca-Cola-Aktie, können wir gerne auch jetzt wieder machen. Ja, das heißt, das Underlaying der Basiswert ist jetzt Coca-Cola. Wir gehen vom aktuellen Kurs 60 Dollar aus. Wie würden die Lecks, die Beine, die beiden Optionen dieses Hombos aussehen? Wir würden auf der einen Seite eine Call-Option verkaufen aus dem Geld. Muss also über 60 sein. Lass uns mal die 65 nehmen. Und die verkaufte Put-Option auch aus dem Geld, auch out of the money. Das heißt, das müsste unter 60 sein. Nehmen wir mal 55. Wie du gerade schon schön gesagt hast, Vincent, würden wir natürlich dann am ehesten und am meisten von einer Seitwärtsbewegung profitieren. Sprich, wenn sich die Aktie in der Range der beiden Strikes bewegt, sind wir auf jeden Fall gut dran. Und eben schon gesagt, wenn wir eher direkt am Kurs uns weiterentwickeln, dann werden wir wahrscheinlich schon alleine durch das Zeitwert, der ja verfällt, schnell im Profit sein. Ja, weil auf gut Deutsch wir ja, du hast es gesagt, doppelt von beiden Seiten profitieren. Ja, ich hatte auch diese sogenannte Delta-Neutralität angesprochen. Das ist jetzt ja kein Zwingismus, aber wenn man da vielleicht nochmal so einen Praxistipp geben kann. Also wenn wir jetzt uns einen Strike für den verkauften Put ausgesucht haben, dann schauen wir, bei welchem Delta das passiert ist und nehmen dann eben für den Verkauf des Calls ein ähnliches Delta. Dann haben wir hier sogar eine Delta-Neutralität hergestellt. Wie gesagt, kein Muss, aber so wird es halt oft gemacht. Ich lasse mich bitte noch etwas zur Delta-Neutralität sagen. Ja, also vielleicht, weil der ein oder andere das auch nicht direkt auf dem Schirm hat. Ja, Delta ist einer der großen Giechen, der Sensitivitätskennzahlen und zeigt schlussendlich, wie viel du an der Bewegung des Underlines, in unserem Fall der Coca-Cola-Aktie, profitierst. Da wir beide Richtungen haben, die Call und die Put und das Delta jetzt gleich hochgewählt wird, dann nettet es sich ja. Und dann würden wir jetzt beispielsweise, wenn wir ein Plus 16 und ein Minus 16 Delta haben, dann würden wir auf Null kommen, genettet. Und das wäre dann die sogenannte Delta-Neutralität. Delta-Neutralität aber, und jetzt kommt das aber, die Delta-Neutralität ist am Anfang gegeben. Wir leben aber in einem dynamischen Umfeld als Optionshändler. Sprich, wenn sich jetzt der Kurs des Underlines, egal in welche Richtung, sich stärker bewegt, wird sozusagen auch keine Delta-Neutralität mehr vorhanden sein. Ja, ganz wichtiger Punkt, da hast du natürlich recht. Das ist am Anfang dann, wenn man darauf achtet, kann man das Delta-Neutral darstellen. Aber es wird sich natürlich sehr schnell ändern. Und das muss man, oder kann man im Auge behalten. Und zwischen den Zeilen hast du ja einen weiteren Praxistipp gegeben. Du hast von Delta 16 gesprochen. Das ist ja so ein üblicher Delta-Wert, ein klassischer Delta-Wert, den man oft wählt. Also wer jetzt da keine eigene Idee hat, der könnte halt eben ganz normal diese Klassiker handeln und da bei Delta 16 suchen, Laufzeit 30, 40, 60 Tage in diesem typischen Bereich, dann haben wir hier schon wieder, glaube ich, ein bisschen was auch zu einem möglichen Setting gesagt, Thorsten. Ja, für mich immer oder für uns und sollte auch für jeden anderen, der sich mit dem Optionshandel beschäftigt, auch wichtig sein, ist natürlich das Risiko und das Money-Management. Ja, das heißt, wir müssen einfach wissen, das hast du eben gesagt, wir generieren zwar auf der einen Seite den sofortigen Cashflow mit der Vereinnahmung der Prämie doppelt, zwei Optionen, wir sind aber mit beiden nackt. Und beide nackt heißt, eben hast du es schön auch gesagt, nach oben hin unbegrenztes Risiko und nach unten hin bis null Short Squeeze. Ja, wenn jetzt beispielsweise mal plötzlich das Underlying komplett nach oben schießt, aber gewaltig, dann kann das natürlich zu einem ganz enormen Verlust führen. Ja, und dessen muss man sich bewusst sein? Bei der Auswahl des Underlyings und da wähle ich auch lieber Underlyings, die jetzt vielleicht nicht ein so großes Risiko eines Short Squeezees haben. Ja, dann lasse ich vielleicht mal die Finger von den Tags etc. Und exkludiere vielleicht dann auch irgendwelche Events, Learnings, Meta haben wir gesehen, springt 20% nach oben. Wenn man jetzt einen 10% Abstand gewählt hat, Strike zum Underlying-Kurs. Ich habe ein Beispiel bei mir im Club gemacht. Mit einem Short Strangle auf Meta war man 3.500 Dollar im Profit, würde ich sagen. 3.500 Dollar im Verlust. Ja, auch ganz wichtiger Hinweis. Schließen wir den Kreis noch einmal zu dem Iron Condor, den du ja am Anfang schon angesprochen hast. Das wäre dann ja quasi die abgesicherte Variante, nicht wahr? Ja, also sozusagen der Short Strangle mit Hedge ist gleich der Iron Condor. Genau, nur damit wir die Begriffe hier immer mal wieder mit reinbringen, hört euch dann nochmal die Folge an, wo wir Spreads beziehungsweise dann eben auch den Iron Condor mit angesprochen haben. Das wäre dann im Prinzip, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, ein Straddle mit Absicherung ist quasi dann ein Iron Condor. Thorsten, sind wir mit dem Straddle durch? Wollen wir übergehen zu dem, äh, wir waren mit dem Strangle jetzt durch, Entschuldigung, und könnten übergehen zu dem Straddle. Mensch, da kommen wir ja ganz durcheinander. Ja, 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 definitiv, definitiv. Und auch hier beim Straddle fokussieren wir uns natürlich auf den Short Straddle, also Short immer für Verkaufen, ja, also wir verkaufen unsere Optionen primär. Der Short Strangle eben gesagt, Short Call, Short Put, also die verkauften Optionen out of the money, also abseits vom aktuellen Kurs. Und jetzt kommt's, der Straddle ist auf Gutdeutsch das Gleiche, nur dass der Strike der Optionen nicht out of the money, sondern out of the money ist. Ja, das heißt, Coca-Cola-Aktie, machen wir ein Beispiel direkt, 60 Dollar aktueller Kurs, wo ist der Strike, der verkauften Call und der verkauften Put? Richtig, auch bei 60 Dollar. Beide Optionen auch hier, gleiche Laufzeit. Genau, wo könnte man das anwenden? Fangen wir an mit dem Long Straddle. Da könnte man natürlich zum Beispiel auch wieder die Earnings hernehmen. Wir haben ja auch schon eine Folge über die Earnings gemacht. Wer das nochmal nachhören will, findet das natürlich auch. Warum? Hier gehen wir also erstmal in Vorleistung. Wir müssen ja bei einem Long, wie gesagt, erstmal Geld auf den Tisch legen für diese Kombo. Aus eben zwei gekauften Optionen dann einem Put und einem Call. Und wir spekulieren hier auf einen signifikanten Anstieg der impliziten Volatilität, zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem Earnings-Event. Wenn das nämlich passiert, ist es eigentlich fast egal, zu welcher Seite hin der Kurs sich stark bewegt. Es ist dann eben so, dass man auf der einen Seite tendenziell mehr Geld verdient, als die andere verliert. Und so konnte man dann eben durch diese starke Bewegung einen Profit generieren. Das wäre eine Möglichkeit, einen Long Straddle im Zusammenhang mit den Earnings anzuwenden. Das Gegenteil wäre ja eben wieder der Short Straddle. Und der profitiert natürlich dann genau beim Gegenteil. Sprich, wenn im Prinzip keine große Bewegung in diese implizite Volatilität kommt, dann ist der im Vorteil. Kannst du dem noch was hinzufügen? Ja, definitiv. Und vielleicht nur aus meiner Trading-Kiste. Ich bin auch mehr beim Long Straddle als beim Short Straddle. Und beim Strangle bin ich mehr beim Short Strangle als beim Long Strangle. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Die meisten kennen ja immer diese Post-Earnings, dass man sozusagen von dem Ivy Crush profitiert. Haben wir ja schon besprochen. Ja, der Rückgang der Volatilität. Weil die Unsicherheit ist draußen. Egal wie das Ergebnis. Ja, Hose runter heißt, man sieht, was da ist. Und auf gut Deutsch, man hat keine weiteren Überraschungen. Wir können natürlich Pre-Earnings machen. Und das ist das Schöne daran, weil es ist ja so, dass die Earnings auch eine Volatilität antreiben. Ja, das heißt, die Unsicherheit wächst ja bis zum Ende. Und dann sind wir natürlich hier doppelter Käufer. Und dann haben wir natürlich den doppelten Effekt von dem Anstieg der impliziten Volatilität. Und das Schöne als Käufer. Ja, das ist ja jetzt auch, wie du schon sagtest, ein Trade, wo wir keine Prämievereine haben, sondern zahlen. Aber das Schöne ist natürlich, wir haben einen theoretisch unbegrenzten Gewinn. Und das Risiko beziehungsweise der Fluss ist ja mit der Ausgabe begrenzt. Ja, ganz genau. Deswegen fiel mir auch zunächst erstmal der Long Straddle ein. Als Anwendungsbeispiel war ich da genauso Ticke wie du. Short Strangle. Und Long Straddle macht für mich auch mehr Sinn. Das sind dann so die Favoriten bei den beiden genannten Combo-Möglichkeiten. Und dann bleibt noch zu sagen, wenn natürlich beim Long Straddle eine stärkere Bewegung im Kurs des Underlayings oder eben in der Volatilität, wo wir ja drauf aus sind, ausbleibt, dann werden wir üblicherweise einen Verlust hinnehmen müssen. Und dann ist es auch ratsam, einen solchen Straddle rechtzeitig vor dem Laufzeitende wieder zu schließen. Gerade wenn wir über Earnings sprechen, du hast jetzt schon Meta angesprochen, da hätten wir natürlich genau eine solche Reaktion, wie wir sie gebraucht haben, gehabt. Ist ja aber auch nicht immer so. Manchmal verpufft ja auch so ein Earnings-Event mehr oder weniger, auch was die Volatilität angeht. Und dann haben wir eben nicht den gewünschten Ausschlag, ergo auch keine Gewinnmöglichkeit. Und da ist dann ja auch nicht mitzurechnen, dass jetzt nach den Earnings groß noch Bewegung oder Wohler reinkommt. Das würde dann heißen, das Ding können wir eigentlich gleich wieder dicht machen, einen wahrscheinlich kleineren bis mittleren Verlust hier hinnehmen. Aber es lohnt sich da natürlich nicht, auf das Laufzeitende zu warten, weil dann haben wir das komplette Geld, was wir da wohin auf den Tisch gelegt haben, dann auch verloren. Also wir können dann wahrscheinlich einen Teil dessen, was wir bezahlt haben an Prämie, noch wieder reinholen, indem wir rechtzeitig vor Verfall, nachdem wir eben wissen, dass die gewünschte Bola-Explosion im Prinzip ausbleibt, machen wir das Ding zu und dann haben wir einen gewissen Verlust, aber nicht alles dessen, was wir vorher bezahlt haben. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja echt begeistert, was wir jetzt hier gerade wieder schön zusammengefasst haben, weil wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, haben wir ja auf der einen Seite zwar nur zwei Strategien erklärt, aber schon alleine durch die Unterschiedlichkeiten von der Verkäufer- und Käuferseite sind wir hier nochmal darauf eingegangen, wo halt die Vorteile und die Nachteile der jeweiligen Strategie ist und dass wir hier wieder sehen, wir haben als Optionshändler so viele tolle Optionen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt hier von Natur aus nicht der Kreative, aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin ein perfekter Koch geworden, weil wir so viele Möglichkeiten haben, aus jedem bisschen, sag ich mal, ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern und auch auf gut Deutsch mal die eine Suppe, die vielleicht versalzen ist, mit dem anderen Gericht auszugleichen, dass wir nicht nur immer auf eine Seite gehen, sondern auch hier diversifiziert traden und das ist ja das Schöne, wir haben so viele Optionsstrategien, die uns so viele Möglichkeiten bieten. Ja, ich bin auch immer noch nach all den Jahren ganz angetan, was wir für Möglichkeiten haben und du sagst es ja auch, wir haben ja sowieso nicht immer nur eine Strategie gleichzeitig laufen, wir können das Ganze ja auch mixen und so dann auch wirklich ein ausgewogenes Optionsportfolio vorhalten und traden und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, aus ganz unterschiedlichen Situationen und Marktbewegungen da irgendwie was rauszuholen. Sehr schön, ja, da haben wir noch eine runde Folge zum Strangle und zum Straddle, auch wenn ich den Begriff heute ein paar Mal durcheinander geworfen habe, hoffe ich, dass man den Ausführungen folgen konnte und wir haben noch jetzt zum Abschluss dieser Folge ja eine kleine Sache in eigener Sache hier vorzustellen, würde ich sagen, Thorsten, und zwar gehen wir langsam auf das Ende der ersten Staffel von unserem relativ neuen Podcast der Optionssprechstunde zu und wir hatten folgende Idee, die wir heute mal mit den Hörern unseres Formats hier teilen wollten und zwar haben wir uns überlegt, zum Ende der ersten Staffel, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wann das ist, aber Termin wird dann natürlich rechtzeitig bekannt gegeben, einen YouTube-Livestream zu veranstalten, wir beide zusammen über unsere Kanäle, dann eben nicht als Podcast, sondern eben auf YouTube, wo man uns auch sehen kann. Livestream heißt, ihr könnt dazukommen, ihr lieben Hörer, wir können miteinander kommunizieren über den Chat und zwar haben wir uns gedacht, wir würden gerne mal Hörer-Feedback zum einen entgegennehmen und vielleicht auch schon besprechen. Außerdem würden uns eure Hörer-Themenwünsche für die zweite Staffel interessieren, denn ich denke mal, Thorsten, wir können schon so viel sagen, dass wir dieses Format auf jeden Fall auch in einer zweiten Staffel weitermachen werden. Dann haben wir noch das Thema Cashflow-Konferenz, wo wir wahrscheinlich auch als dynamisches Duo der Optionssprechstunde im Juli in Stuttgart ein Part haben werden. Unsere dort geplanten Beiträge können wir vorstellen, Fragen zu der Cashflow-Konferenz an sich beantworten, wenn ihr da welche habt. Und last but not least, könntet ihr eure Fragen zu Aktien, Börse und Optionen stellen und wir versuchen, diese dann zu beantworten. Das wäre, ja, das, was wir da vorhaben in einem YouTube-Live-Termin würde kommuniziert werden und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn viele Hörer und Interessenten dazukommen und das Ganze mit Leben füllen, weil wenn wir da alleine sitzen, dann hätten wir auch eine einfache neue Folge Podcast machen können. Wir wollen euch aber dabei haben, Feedback und Themenwünsche einholen und eure Fragen beantworten. Thorsten, sag auch nochmal was. Ja, mega. Ich habe mit Begeisterung gerade wieder zugehört. Ja, ja, definitiv. Ja, erste Staffel bald vorbei. Ja, ich freue mich schon auf die zweite und definitiv, es wird eine geben und das werden wir natürlich auch so machen, wie der Wincent, wie du es gerade hier kommuniziert hast und auch das Live, das YouTube Live über unsere Kanäle, ja, ist ja Freaky Finance und Options for Winners, sind ja beide bei YouTube aktiv. Da wollen wir das natürlich auch so konzipieren, ja, dass es halt auch dem Zuhörer mehrwerthaltig wird. Also auch da, wir sind immer für Austausch und wir wollen natürlich auch den Optionshandel, wie ich es immer so schön sage, salonfähig machen und deshalb auch diese Story oder das, was wir da im Sommer machen in Stuttgart auf der Cashflow-Messe da, da freue ich mich also auch sehr. Wir werden aber euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, Wincent, du hast ja dein Ohr an allen Türen, dass wir da auch frühzeitig kommunizieren, wie und wo und was da alles so abgehen wird. Ganz genau, Thorsten. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt, die nächste Folge hört und natürlich auch bei dem dann angedachten YouTube-Livestream dabei seid zahlreich. Bis dahin wünschen wir alles Gute und Thorsten, dein letzter Satz ist immer. Dankeschön für alle, die zuhören und wie ich es immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter